also frau klein unser neuer kollege ist ja nicht sehr sympathisch er ist laut hört nicht zu weiß alles besser er denkt wohl daß er etwas besseres ist und alles besser kann meinen sie herrn funke ich finde ihn nicht so schlimm man darf nicht vergessen daß er wohl neu im betrieb und noch unsicher ist das kann natürlich sein aber sprechen sie ihn doch einmal darauf an frau meyer ich finde es wichtig über konflikte zu reden sonst kann man sie nicht lösen ja gut das finde ich auch wenn man kein gutes team hat kann man auch nicht gut arbeiten und